Die Steampunk-Expeditionsgesellschaft Wenn das nicht ganz so freiwillig klappt, dann seht ihr ja die Schießkünste von unseren zwei schießwütigen Amazonen neben mir. Aber ich wäre da ein bisschen vorsichtig, weil man merkt es vielleicht, ganz so treffsicher sind sie nicht. Das kann schon mal ins Auge gehen. Also dann lieber diese wundervollen Glasperlen mit annehmen. Aber ihr könnt natürlich auch einfach vorbeikommen, euch ansehen, welche Gegenstände wir auf unseren letzten Expeditionen erbeutet haben. Wir haben eine kleine Auswahl von unseren Errungenschaften ausgestellt. Schaut einfach vorbei und wenn ihr meint, ihr könnt genauso gut schießen wie die zwei Mädels oder vielleicht sogar noch besser, dann dürft ihr das natürlich auch gerne bei uns ausprobieren.